Dies ist die Glashütte GUB Spezimatik, Kaliber 74. Das Kaliber 75 Spezimatik, das haben wir auch, das hat Datum und das Kaliber 74 ist ohne Datum. Hergestellt sind diese GUB-Uhren späte 70er Jahre bis frühe 80er Jahre. Im perfektem Zustand, alle mit frischem, neuem Service, natürlich Garantie. Und wir haben aufgrund des Alters die Acrylgläser erneuert. Es gibt sie in Verchromt, wie dieses schöne Exemplar, und in Vergoldet. Mit silbernen Zifferblättern, da gibt es noch Schwarz- und Champagnerfarbene Zifferblätter. Das sind ganz besonders elegante und dezente Uhrenzeitzeugen aus den 80er Jahren von Glashütte.